Gute hier, was war denn gestern los hier, hier beim Promi Prater da, ha, hier, die anderen haben da erzählt davon, essen und essen hier, und die anderen, hier, ich will den Alkohol, ich will das, ich will Sekt, Champagner und so, und lauter so ein Gramm Bier, Bier wär super hier und alles hier, es ging nur um saufen, was die erzählt hat hier, 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 und dann hier, da, da haben die alle da rumgesponnen, hier in dem ganzen Container Ding, da, ja, was mit denen los hier, und die Hälfte ist krank hier, ja, hier, die Hälfte ist krank, und da hat die doch da noch erzählt, hier, da, da, mit dem Wasserumwandler da zu Wein und so, und das ist da keiner erkennt, da im Container, ja, Candide ist oder was, hier, hier, kannst du da auch nicht, hätt sich doch das Zeug selbst da machen können, umwandeln können, hm, also hier, da, und, ja, hier, ich weiß nicht, geht's dem Dings da noch ganz gut, hier, da, von dem Eis am Stiel da, oder was, hier, sieht so ein bisschen schlapp aus, der Kerl, du, hier, da hat's ganz schön verändert, so, weiß ich auch nicht, was der gemacht hat, oder, ja, und ehrlich gesagt, die Hälfte von den ganzen Bewohner, du, hab ich noch nie im Leben gesehen, ich, wo, kenn ich gar nicht, du, was sind da jetzt Promi-Haft da dran, du, da sind, weiß ich nicht, hier, der Willi ist prominent, ja, und sonst, ja, gut, der Schauspieler da, von früher halt, da, wie ich noch Eis am Stiel, und so, hier, aber ansonsten, so, richtig Prominente, da sind das doch auch nicht, da, hab ich so irgendwo geholt, oder was, da aufgekabelt, oder was, hier, da, also, ich guck mir das wieder mal, da, guck das auch hier, und dann, sehen wir uns, und dann, bis dann, macht's gut, ja, ciao, bis dann, ciao.